Right to the crest, in the fall left, short. Nice. Oh, das hängt gut an. Hehehe. Der ist jetzt... Oh shit, der hätte man zuhören müssen. Ja. Weil man kann nix sehen mit dem Auto. Ist jetzt das... Ja, das ist scheiße, das ist das Problem. Äh... Achtung, links, links. Ist jetzt, äh... Problem, dass ich halt vorher ACC gefahren bin, ne? Hehehe. Boah. Okay, wo muss ich lang? Geradeaus. Hier sieht man echt gar nix in Ordre. Naja, man... Du musst quasi blind fahren, dem Typen 100% vertrauen. Ist natürlich scheiße, wenn ich die Strecke nicht kenne. Naja, sagt's jetzt zum Glück. Boah. In Wirklichkeit wärst du jetzt impaled. Ja, das wär jetzt, äh... Bei dem anderen Schuh wär das jetzt auf Terminal Damage. Ja, auch für den Fahrer. Ja. Oh, oh, da kannst du hier deinen scheiß machen. Ja. Ja, was hier... Irgendwie nur safe funktioniert. Wobei, jetzt hat's funktioniert sogar. Das... Er hätt's jetzt gar nicht funktionieren dürfen. Du hast ja eigentlich überhaupt keinen Speed wirklich gehabt. Ja, das war das erste Mal, dass die Handbremse funktioniert hat. Ja. Ja. Boah, Junge, das macht's besser. Oh, oh. Boah, ich hab den da schon runterfallen sehen, die scheiß Klippe. Oho. Pfff. Wär's in der Simulation wäre das auch passiert. Ja. Dirty. Ach. Dirty. Ach. Dirty. Okay. Achtung, langsam. Dirty. Boah. Dirty. 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 Ehe, Rallye ist halt ein Abenteuer. Ne? Selbst wenn eine Stakade ist. Achtung, Caution. Die muss ich noch bezahlen. schooling. Auch codeine. Boah. Oh, steht. Jetzt kommt eine enge links-rechts. Vorsicht. Und jetzt kommt ne enge Brücke. Ja weil, da muss ich... fast zum stillstehen kommen und jetzt kriegen. Achtung, das ist ein MEV-Labor links. Stimmt. Nice. Links-rechts-Schläche. Und tot. Ja, ich hab erst rechts gesehen. Ah ne, er kommt... Ja, klar, er kann über Steine fahren. Fühl ich dir das. Ist das eine Frage. Die Hälfte geschafft. Nice. Er sagt langsam. Ja, das wüsste ich aber. Lass mir nicht sagen, was ich zu tun habe. So, ja. Boah. Alter. Ein bisschen zu viel. Alter. Das wär gar nicht mehr nötig in der Kurve gewesen. Nee. Also ohne Geländer. Ja. Na, na. Das ist gut, das Auto lässt sich hier auf jeden Fall besser steuern als mit einem anderen Spiel. Aber hier lässt sich jedes Auto eigentlich gut steuern. Alter, ist da ein Damm? Ja. Alter, boah, hier voll geil. Super. Nice. Aber man sieht trotzdem, dass der stürrisch ist. Ja. Alter, wir müssen über den Damm fahren. Jetzt. Nice. Ja. Links. Wir müssen da rüber fahren, oder? Ha. Boah. Ah, shit. Na, fuck. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Psst. Warte. So, einmal kurz in den Baum hineinfahren und jetzt wieder... Ja. Boah. Und weiter geht's. Da, jetzt über den Damm. Das muss es sein. Warum auch immer die Auffahrt nicht geteert ist. Was? Keine Ahnung. Ne, es geht nicht über den Damm. Ah. Ach, schade. War auch zu schön gewesen, ne? Ja. Boah. Ich sehe halt immer viel zu wenig. Doppel, Doppelkaution. Vorsicht. Ah, ja, ja. Hm. Vorsicht rechts. Ja, genau. Erster Scheibenwischaden. Alter. Ja. Warte. Und? Da sind wir. Ja. Geil. Boah, die ist nicht Schluss. Nice, nicht ein Tropfen gegen die Scheibe. Ja. Wollte jetzt angegangen, bevor wir da überhaupt drinnen waren. Das ist überhaupt unautomatisch angekommen. Ja. So, das war wie es hier geht, finde ich komisch. Ja. 6. 4. 4. 5. 5,5 pf. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. Genau, jetzt kommt eine Dreier. Scharfe links zwei. Ja, da hat er recht. Was? Wie noch? Und das Ziel da vorne. Und wie immer vor dem Ziel. Ja, ey, Junge, ist das so dämlich. Ey, aber ohne Penalties, ne? Ja. Ach nee, das war's noch gar nicht. Warum? Ja, genau. Und kurz vor dem Ziel, wie immer. Ja, ich dachte, das war jetzt halt selber fest. Und Penalty. Ja, ja, Junge.